Erst mal Twitter kaufen für 40 Milliarden Euro. Wie wär's eigentlich mal mit nem Fußball-Club, Elon? Fußball, sagst du, hm? Genau, ist ja auch wesentlich günstiger als Twitter. Mhm. Und wen könnte ich da haben? Barca, Real, Bayern, PSG. Da wärst du mit knapp 10 Milliarden Euro schon gut dabei. Verstehe, verstehe. Und, äh, gibt's denn da nix Größeres? Größer? Ja, du weißt schon. Einen richtigen Bomben-Club. Na gut, da gibt's dann nur mehr Zweifelreine, die in Frage kommen. Schalke und Darmstadt. Darmstadt! Von denen hab ich sogar schon mal gehört. Und Schalke? Können die auch was? Naja, klar. Wir sind top. Besser geht gar nicht. Gut, dann verkaufe ich Twitter und hol mir Darmstadt und Schalke. Auch okay. Alter, mit der Kohle holen wir uns die Champions League. Und wir zahlen die Hälfte unserer Schulden zurück. Also gut, Serge, überzeugt. 18 Millionen Euro Gehalt, okay? Ja, wirklich? Klar. Du wolltest zu den Top-Verdienern gehören. Jetzt gehörst du zu den Top-Verdienern. Spitze, ja. Genau das, was ich wollte. Perfekt. Dann fehlt nur noch deine Unterschrift. Unter dem Vertrag. Was? Unterschrift? Ja, wegen der Verlängerung. Ah, da warten wir dann doch noch ein bisschen ab, okay? Was? Aber du bekommst doch jetzt die Kohle. Kohle ist nicht alles, mein Lieber. Ich will auch noch etwas mehr Wertschätzung im Verein. Boah, dein Ernst, Mann? Logo meine ich das ernst. Sonst wechsle ich halt zu Real Madrid. Oh, der Transfer. Der würde uns richtig gut schmecken. Erling, Vertrag verlängern? Nein, negativ. Eher Millionen kassieren. Millionen kassieren? Man City regelt. Bei uns ist es wie im Bergbau. Hä? Na, hier gibt's Kohle ohne Ende. Geil-O-Matisch. Darauf direkt mal sieben Lamborghinis bestellen. Sieben Lambos? Wozu? Na ja, für jeden Tag der Woche einen anderen. Ist doch klar, oder? Völlig klar. Was verdienst du denn dort bitte, Erling? 600.000 Euro. What? 600k im Monat? Nee, nicht im Monat. In der Woche. In der Woche? Ja, leck mich fett. Tja, Dortmund, wie sagt man so schön? Aus dem Weg, Geringverdiener. Jo, Transfermarkt, das Ding ist durch. Oh Gott, du meinst? Ja, Haaland wechselt offiziell zu Manchester City. Und das ist jetzt wirklich bestätigt, ja? Das ist durch, ja. Ja, Gott sei Dank. Also diese ständige Hin und Her, das war schön langsam nämlich etwas nervig. Schön langsam etwas nervig? Junge, das Theater ist uns doch allen nur noch am Arsch gegangen. Ja, hast du recht. Das war echt nicht mehr feierlich. Ja gut, jetzt haben wir euch ja erlösen können. Na danke City, wie großzügig von dir. Ja, keine Ursache. Ich helfe doch gern, wenn ich kann. Ja gut, dann ist der Erling nächste Saison in der Premier League. Auch okay. Und wieder mal super für die Spannung in der Bundesliga. Ja gut, aber vielleicht wechselt der Lewandowski ja auch. Noch besser, dann ist der beste Stürmer nächstes Jahr in der Liga, keine Ahnung, Simon Terode oder was? Ja genau, Schalke und ein guter Stürmer. Ist klar. Klappe Dortmund, wir haben nächstes Jahr Simon Terode. Und wen habt ihr? Ähm, naja, also... Na alles klar, danke. Super, fehlt nur noch deine Unterschrift, Karim. Jawohl, das haben wir gleich. Halt, stopp. Da muss ich ein Machtwort sprechen. Ach, Kacke. Karim, wir würden dich liebend gern hier in Manchester sehen. Echt? Ja, also ich muss schon sagen, auf Manchester, da hätte ich auch übel Bock. Ach ja, na klasse. Nur halt auf ManCity. Oh. Na los, jetzt unterschreib endlich. Ja, Moment, Moment, was bekommst du denn von Dortmund? Sechs Millionen Euro pro Jahr. Gut, bei uns bekommst du neun. Neun Millionen pro Jahr? Ja, das sind roundabout 180.000 Euro die Woche. Das ist quasi ein neuer Audi R8 die Woche. Genau, ja. Was sagst du? Ich sag trotzdem nö. Ich geh zum BVB. Alles klar, so. Moment bitte, was? Ha, hops genommen, sagt man da wohl United. Ja, bessere Entwicklungsmöglichkeit hier. Und ich will auch Champions League spielen. Aber bei uns ist Cristiano Ronaldo. Ja, mal gucken, wie lange noch ohne Champions League. Oh oh, das sieht gar nicht gut aus. Auf ein neues. Der Haarland wechselt. Ja, wissen wir. Zu City. Genau, Transfermarkt. Zu uns. Ist doch klar. Ne, ist eben nicht klar. Wie? Warum? Ein neuer Top-Club ist in den Poker mit eingestiegen. Ach ja? Lass mich raten. Sicher diese Ratten von Man United. Nein, die nicht. Gut, dann ist es sicher die Scheich-Truppe vom PSG, oder? Äh, ne, auch nicht. Okay, aber wer könnte es denn dann noch sein? Ladies and Gentlemen, guten Abend. Beantwortet das deine Frage, City? Mhm. Was? Na, Schalke ist hier. Ja, mit Snacks, oder? Was? Nein, wegen Haarland. Ah, verstehe ich nicht. Wir kaufen den Haarland, City. Als Zweitligameister. Kann man sich das erlauben? Das ist ein Witz, oder? Sehe ich für dich nach einem Witz aus. Soll ich das ehrlich beantworten? Nee, besser nicht. Aber nehmt euch in Acht, City. Wir schnappen euch den Ehrling sonst weg. Mhm. Und dann seid ihr aufgewacht, Schalke. Halt die Klappe, City. Und David, wie gefällt es dir hier in Madrid? Ja, ich sehe ganz leihwand. Kann mir nichts sagen, aber... Ja. Aber was, David? Hörst du? Na ja, ich bin halt ein Wiener, Alter. Okay. Und das heißt... Boah, ja. Keine Ahnung, Alter. Ich hätte schon irgendwann wieder Lust auf mein Wien, ja. Das trifft sich gut, David. Wieder bei der Austria. Ja, klar. Warum eigentlich nicht? Bissl chillig in Wien-Favoriten wieder gucken, ne? Ja, klar. Bist immer herzlich willkommen bei uns, David. Na, eh, klar. Sorry, dass ich unterbreche, aber redet ihr wirklich so? Muck nicht real. Hörst du, David, was ist denn mit ihm? Keine Ahnung, Alter. Die Spanier, die haben ein wenig einen Boscher. Bitte was haben wir? Einen Porsche? Nix, alter real. Passt schon. Okay, aber nur fürs Protokoll. So schnell geben wir den David nicht mehr her. Äh... Wien-Austria-Ausma. Aber bis deppert. Kennt er mich nicht, David? Na komm, lass gut sein, Austria. Ja, super, Leiband. Dann komm her, David. 25 Millionen Euro geholt, eh klar, oder? Ist wurscht, soll ich den Bürgermeister von Wien finanzieren, Alter, und geht schon, oder? Ja, passt, Alter. Dann gönnen wir nur zwei Jahre Madrid und dann hast du aufpassen, österreichische Bauernliga. Der Alaba kommt bis deppert. Das wird richtig leihauen. Ihr Österreicher habt doch alle einen Rat ab, Digga. Herr Ibrahimovic, Karriereende? Zlatan sagt nein. Aber irgendwann doch, oder? Halt die Fresse, Mann. Oh, was? Ein Zlatan Ibrahimovic gibt die Antworten, die er möchte. Okay. Und am meisten tut sowieso ihr mir hier alle leid. Ach ja, warum? Weil ihr alle, wenn ich aufhöre, nie mehr wieder so einen guten Spieler sehen werdet. Aber Moment, ich dachte, sie hören nie auf. Ach, komm, halt die Fresse, Mann. Mensch, Luca, das kann doch nicht sein, Junge. Was kann nicht sein, Real? Na, das kann doch nicht sein. Ja, was denn? Na ja, das alles hier, das ist ein großer Raufen Kacke. Wie jetzt? Na, deine Leistungen, Kollege, die sind ja unter aller Sau, Mann. Na ja, ich muss mich halt noch an Madrid gewöhnen, glaube ich. Was für an Madrid gewöhnen? Du bist jetzt vier Jahre hier, Luca. Vier Jahre. Ja, gut. Wie kann denn das sein? Sag mal, du warst so frisch bei der Eintracht. Ich sag nur, Bruder, schlag den Ball ran. Halt's Maul, Frankfurt. Gut, bin schon ruhig, Boss. Ganz einfach. Also ich kann mir das so erklären. Und zwar... Ja, ich warte. Ja, keine Ahnung, Digga. Ich dachte, du lässt mich sowieso nicht ausreden. Na, super. Und was ist jetzt die Lösung? Ihr zahlt mir das doppelte Gehalt und dann gucken wir mal. Luca, bist du völlig irre? Kommt drauf an. Bekomme ich dann mehr Kohle? Das Einzige, was du bekommst, ist aufs Maul. Was? Mach einen Abflug, Mensch. Oder ich kümmere mich da persönlich drum. Schon gut, schon gut. Bin schon weg.